hallo und herzlich willkommen zu unserem diesmonatigen tipp zum november special heute werden wir ihnen zeigen wie sie diesen farbverlauf hier mit unserem super nerd ganz einfach nachmachen können und dazu gehe ich mal in eine datei die ich hier vorbereitet habe das ist quasi unsere basis das bild habe ich ein wenig verändert ich habe ja eine zahlenfolge aus null und eins drüber gelegt passend zum it unternehmen und ich habe natürlich unsere nerd hier eingebaut und damit sich das ganze schöne einfügt und wir diesen farbverlauf kreieren müssen wir jetzt erstmal eine neue ebene anlegen das machen wir hier über das kleine symbol hier unten das ist eine neue ebene erstellen dann gehe ich hier links rüber auf das pinselwerkzeug und wähle mir hier mit doppelklick eine farbe aus die ich gerne hätte das habe ich jetzt schon mal eingestellt dann immer so ein schönes knalliges orange passend zu fire and ice und die deckkraft stelle ich mir hier auf 34 35 prozent ungefähr das muss nicht so genau sein und die pinsel härte und die stelle ich mir auf ganz weich ein und dann gehe ich hier einfach über die hälfte quasi rüber macht das hier ruhig ordentlich drüber gehen das stellen wir gleich noch ein das sieht jetzt natürlich nicht so aus wie wir es haben wollen deswegen gehen wir hier in die ebenen verrechnung ein klicken da zweimal drauf und dann können wir mit dem pfeil tasten auf der tastatur und sie einfach durch manövrieren und mal schauen was uns hier so am besten gefällt ich möchte ja dass der kontrast schön raus kommt mit dem später und ich glaube ich ja das schon ganz gut das ist jetzt ineinander kopieren und das ist jetzt natürlich noch viel zu hart und der nerd ist mir noch viel zu orange deswegen gehe ich auf das radierer werkzeug das finden wir hier und auch hier stelle ich mir das mit einer geringen dick kraft und einem weichen pinsel ein und dann gehe ich einfach hier über die bereiche drüber die mir jetzt hier ein bisschen zu heftig geworden sind wo ich sage das finde ich so gut oder hier ist es jetzt der grün stich ich dann gehe ich ja auch noch mal drüber und machen wir das hier noch ein bisschen weicher genau und so finde ich das jetzt schon ganz nett dann mache ich mir noch mal eine neue ebene klicke hier wieder doppelt rein und suche mir jetzt meinen passenden blauton aus da will ich jetzt zum beispiel hier vielleicht so war es haben auch schön knallig vielleicht ein bisschen heller noch damit sich das bisschen besser abhebt vom hintergrund dann gehe ich wäre mein pinsel den haben wir jetzt schon schön vor eingestellt und gehe hier einfach so drüber wie ich das gerade auch schon gemacht habe und dann gehe ich mir hier in die ebenen verrechnung klick da zweimal drauf und mit den teiltasten man sehe ich mich dadurch und schau mal was mir hier am besten fällt da finde ich jetzt glaube ich das farbig abwählen am besten und das ist natürlich wieder zu hart deshalb gehen wir hier wieder auf die mitte und auf die seiten mit unserem radierer genau so jetzt finde ich sieht das schon ganz okay aus wir können das so lassen aber in unserem beispiel wenn wir jetzt noch mal zurückgehen ist es doch noch knalliger und noch prägnanter und das erreiche ich indem ich mir diese beiden ebenen duplizieren also klicke ich beide an mit gedrückter steuerungstaste greife mir die und sie mir die auf das ebenen symbol hier unten und dann habe ich mir das dupliziert das wäre jetzt ein bisschen zu krass das ist natürlich jetzt ein bisschen zu intensiv der kontrast und deshalb gehe ich hier noch mal rein und in diesen deckkraft regler und schiebe den noch ein bisschen hin und her bis ich sage okay und jetzt gehe ich noch mal auf die ebene mit dem orange die ich mir dupliziert habe und mache mir die hier auch noch mal ein bisschen weicher genau und jetzt ist mir aber die person hier in der mitte noch zu stark eingefärbt deswegen gehe ich da noch mal mit dem radierer werkzeug jeweils auf der ebene auf den beiden ebenen drüber und mache mir das noch mal ein bisschen weicher und gehe auch noch mal auf die ebene die darunter liegen und mache das auch noch mal ein bisschen weicher genau und jetzt haben wir eigentlich schon das ganz schön gemacht gehe nochmal in das blaue das ist mir noch ein bisschen zu intensiv und zu hart der Übergang genau ein bisschen weicher noch aber ich denke so können wir das auf jeden fall lassen dann noch ein bisschen text dazu und dann haben wir unser specialbild schon fertig genau und wenn sie sagen okay ich möchte noch mehr tipps haben das hat mir jetzt richtig gut gefallen dann können sie einfach auf unsere website gehen wende.de und auf unser portfolio klicken dann gehen sie auf schulung und zertifizierung und in diesem bereich finden sie dann hier den tipp bereich und da können sie dann aus den unterschiedlichsten tipps wählen zum thema excel outlook word office powerpoint und demnächst natürlich unsere adobe creative cloud die sie dann hier unter dem powerpoint reiter finden werden und ja schauen sie doch gerne mal rein und vielen dank dass sie uns zugehört haben werden wir ihn mit dem wie möglich reinergenden vor allem Untertitelung des ZDF, 2020